So, und da sind wir wieder. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir hatten, glaube ich, eine Quest abgeschlossen. Ja, guck mal hier. Äh... So. Was ist denn schönes? Okay. Huh! Was? Dein Ernst, willst du jetzt hier echt von mir auf die Fresse kriegen? Geht ihr mit ihm ab? Meine Fresse. Okay, gut. Wenn er sterben wollte, dann ist das halt so. Kannst du nichts machen. So, hier haben wir noch ein Quest. Ähm... Ich wollte sagen, wollte ich auch noch welche auf die Fresse haben, jetzt, oder? Okay, gut. Nee, man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Okay. Boah, Bewegungsgeschwindigkeit hätte ich gerne noch. Muss mal gucken, ob wir da was hinkriegen. So, er hat noch eine Quest. Beziehungsweise ein Fragezeichen auf den Kopf. So, okay. Der ist durch. Da können wir hier vielleicht noch ein bisschen was verscheuern. Was hast du denn schönes? Steinherzöl, okay. Okay, das ist natürlich der gute Scheiß. Den kriegen wir noch nicht. Da schließen sie uns einfach noch aus. Aber zu unserem Händler müssen wir einfach mal ein bisschen was verscheuern hier. Ja, komm, alles ist weg damit. Auch die Waffen. So lange sie uns keinen Damage-Boost bringen, sparen wir uns das. Fernkampfe lassen wir auch auf jeden Fall. So, was hatten wir hier? Okay, das war's. Blutgeschmolzene Essenz des Gottes. Okay. Der Leere. Schaut hier mal auf. Was haben wir hier? Einen schönen Ring. Aber ich glaub, der ist relativ kacke. Ja, komm, das lohnt sich nicht. Klingexplosion ist drauf, aber... Ist jetzt nicht so der Obershit. Das haben wir hier. Physischer Schaden. Leben ist drauf. Konstitution und Gesundheit. Das ist gar nicht so schlecht. Warte mal, das rüsten wir aus. So. Dafür haben wir das jetzt rausgehauen. Das können wir nicht weiter einsetzen. Man kann das auch direkt weg. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. So. Ähm. Halskette. Beschädigte Klaue. Verzaubert alle Waffen und Schilde und Zauber neben dem Ende. Physischer Schaden. Sollten wir vielleicht mal probieren. Oh, drauf da. Genau. Ein bisschen Damage boosten. Ja, ist okay. So, dann haben wir noch irgendwas Schönes. Was ist das hier? Ein Bauplan. Waldläuferhelm. Alles klar. Lernen wir einfach mal, ne? Man muss ja auch mal Sachen lernen. Das ist ja wohl mit einem frostigen Winterwind verzaubert. Okay. Kälteschaden und Physischer Schaden, Kälteschaden. Okay, können wir aber nicht ausrüsten soweit. Ähm, pass auf. Wir gehen mal zur Truhe, packen das alles da rein, weil ich kann ja jetzt eh noch nichts mit anfangen. Wir müssen das mal in Ruhe offscreen durchlesen, angucken, was es damit auf sich hat. Klar, es sind Sachen, um Sachen zu verbessern, ne? Um Items zu verbessern. Aber jetzt gerade bin ich damit ein bisschen überfordert. Hier, Ektoplasma. Ich würde das gerne einfach rüberpacken. Warte mal, da muss ich einfach mitgehen. Ach so, okay. What is that? Das Suchblatt, okay. Alles klar. Was haben wir hier? Okay. Hier haben wir noch einen Trank. Das ist nicht schlecht. Salzbeutel. Okay. Der ist natürlich echt ein bisschen kacke. Ist auch kein Quest-Item, ne? Ist einfach nur ein Level-1-Item, soweit ich das sehe. In Ordnung. Nehmen wir auch mal mit. Halskette haben wir hier. Schrott facken wir mit rein. Tränke nehmen wir auch mit. Quest-Item, richtig? Ja. Quest-Gegenstand. Was haben wir hier? Ether-Kristall. Können wir reinballern. Jetzt sortieren wir uns das mal. So, gucken wir ihn an. Okay. Und das ist auch ein Quest-Item. Warten wir auch erst mal. In der Hand. Und dann gucken wir mal weiter. Boah, ohne Witz, ne? Diese ekelhafte, diese ekelhafte Allergie. Gegen alles, was da draußen rumläuft. Ich krieg's kurz nicht. Das Krasse, oder was ich mich frage, ist ja echt, okay, Körper, warum? Warum tust du mir das an, weißt du? Was hast du gegen mich? Oder gegen die Umwelt? Warum sagst du, es tötet dich ja alles, weißt du? Es macht halt keinen Sinn. Warte mal, oh, ist doch ein Stern. Wo ist denn da der Stern? Ach da. Ne, und das ist halt echt, oh. Boah, anstrengend, das ist einfach anstrengend. Okay, warte mal. Hier ist doch ein Stern, hier muss doch irgendwo die Quest abgeben können. Ich würde im Hafengebiet Blue Ridge suchen. Da kam ein Dox-Ring-Missi-Warnifong an. Hoffentlich gibt es in den Träumen noch ein wenig Stoff. Okay, sie braucht Stoff. Ich kann den guten Stoff besorgen. Warte mal. Äh. Die Schneiderin. Die Schneiderin. Sammle Stoff, 0 von 3. Okay, warte mal. Nicht, da ich den jetzt in die Truhe gelegt habe, ne? Es würde mich nicht wundern, liebe Leute. Es würde mich einfach nicht wundern. Haben wir hier Stoff? Stoff wird man ja kennen, ne? Sieht halt wahrscheinlich aus wie Stoff. Nein, haben wir nicht, okay. Äh. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Wie viel? Oh, wir haben 10.000. Wir können mal gucken, vielleicht können wir beim NPC noch ein bisschen was kaufen, was uns verbessert. Das wäre natürlich ultra pornös. Und ich wollte mal ganz kurz auf der Map gucken. Irgendwo noch ein Sternchen? Nein, ist nix. Okay, gut. Dann gehen wir einmal weiter. Hier hin. So, was hast du denn schönes hier? Rüstungen, Zubehör und Verbrauchsgüter. Mensch, den ganzen krassen Scheiß hat er hier. Einen schönen Ring. Hat der was Gutes? Ne, okay. Ich sehe halt schon zu, dass wir irgendwie was holen, was unsere ganzen Skills, die wir haben, boostet. Aber sieht jetzt nicht so prall aus, muss ich sagen. Dann lassen wir das. Ich meine, wir laufen ja noch mit One-Shot rum. Also von daher. Halt. Hier wollte ich nicht. Ich glaube, das war das. Doch, war das, ne? Okay. Ah, fuck it. Fuck it. Ich habe mich mit dem Rift zurückgeportet. Ich würde gerne mit dem Rift wieder dahin gehen, wo ich herkomme, weißt du? Okay, ein Elfen, da war eins daneben. Ist in Ordnung. Dann laufen wir halt das Stück wieder. Nützt ja nix. Ach gut. Na ja, gut. Dann halt nochmal. Aber warte mal, da haben wir noch eine Quest. Ach ja, Mensch. Als hätte ich es gewusst, liebe Leute. Als hätte ich es gewusst. Wir holen nochmal ein paar Skelette raus. So. Ja, ich bin zurück. Gib mir den Loot. Denn Loot tut gut. Sei auf der Hut. Das hatten wir hier, den Eingang. Okay. Alles klar. Dann können wir jetzt aber links rumlaufen, weil da waren wir noch nicht. Ja. Dann killen wir das nochmal ganz schnell alles hier. Beziehungsweise unsere Ads machen das. Wir haben damit nicht viel zu tun. Wir haben wichtigere Aufgaben. Ah, ich liebe es. Guck dir das an. Guck dir das an. Ich glaube, der Skill kommt übrigens von unseren krassen Typen hier. Von unseren dicken Golem. Geschätzt zumindest. Also es tut uns auf jeden Fall nicht weh. Also irgendein Pad von uns würde es auslösen. So, da geht es nicht weiter. Da waren wir schon. Dann gehen wir einmal hier hoch. Verruft den Scheiß. Ich muss hier durch. Was seid ihr denn? Arschfresser. Ja, meine Fresse. Die Himmelarschfresser. Alles klar. So, bitteschön. So, war da noch irgendwas? Nein, ich glaube nicht. Da war ein Eingang. Achso, das war der Höhleneingang. Den können wir getrost ignorieren. Genau, mach mal kaputt. Dann zieh mal hier weiter. Oh, ich habe auch so eine Kamera gedreht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so tun. Und ich muss mir den Skimm auf eine andere Maustaste legen. Was war denn? Achso. Ach, genau. Ich erinnere mich. Ja, mei. Ach genau, WSD kann man auch lenken. Ja, okay. Aber geht es so von der Lenkung? WSD ist echt eine Kacklenkung, muss ich sagen. Oh, oh, oh. Da ist irgendwas. Wir ziehen einfach mal das Leben raus hier. So. Der Skill ist geil. Ohne witzige Skill. Macht echt Bock. Warum habe ich den vergessen? Ich konnte so ein Skill vergessen hier. Unglaublich. Oh. Düstere Gink, muss ich sagen. Achso, das ist unser eigener. Okay. Ja, gucke mal. Ich sauge euch alle aus. Willkommen auf der Neverland Ranch. Zu früh? Zu früh. Tut mir leid. Okay, da haben wir noch ein paar Itzy Bitsis. Ist das eine Truhe? Das ist doch eine Truhe. Ah, nee, ist nur eine leere Kiste. Okay. Können wir stehen lassen. Oh, hier, bitteschön. Mit deinem Blut. Ich sag dich aus. Ich nimm den letzten Tropfen. Das nehmen wir mit. Aber hier ist nichts weiter. Okay. Waren wir hier überhaupt schon? Ja, so halb, ne? Aber hier auf der rechten Seite waren wir noch nicht. Auf der linken, Entschuldigung. Auf der linken Seite. Ich hätte gerne wieder so einen Ultraboss hier. Meine Güte, es ist alles so low. Wie gesagt, wir könnten normal wirklich ohne Probleme weitergehen einfach, ne? Und, äh, unsere Mobs erledigen das für uns. So, da sind irgendwo zwei Quests. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Äther Kristall. Nehmen wir mit. Wir sollten Äther Kristall auch immer dabei haben, glaube ich, ne? So, diese Sachen. Das Skelett noch alle da. Warte mal, den müssen wir nochmal nachwaffen. Und den müssen wir nochmal nachwaffen. So, oh, da hat's ein Heldenmonster erwischt. Ja, nice. Gewehr den Scheiß. Oh, das gab gute Erfahrungspunkte. Das gab richtig gute Erfahrungspunkte. Und da kommt der nächste Loot mit hinterhergeschmissen. So muss das sein. Sehr schön. So, hier ist nichts weiter. Warten wir, da oben ist noch... Was ist das? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Erstmal das. Ja, gib's mit. Gib her, gib her. Da, da ist was. Ich seh's. Habt ihr gesehen? Ja, ne? Oh, hier ist auch noch was. Oh, das noch einmal. So, gib das her. Dankeschön. Und? Okay, was zur Hölle war das? Das hat mir Angst gemacht. Aber ist in Ordnung. Gut. Hier sind wir soweit durch. Wir gucken uns nochmal die kleine Landzunge an. Vielleicht finden wir da mal was. Warte mal, wie komm ich denn jetzt hier rum? Da liegt Loot. Den brauch ich aber nicht. Den hab ich ausgeblendet. Moin Tommy, grüß dich. Machen wir mal den Chat rein, damit die Zuschauer auch ein bisschen was lesen können. So, unten rechts habt ihr jetzt den Chat dann stehen, liebe Zuschauer auf YouTube. Auf YouTube. So, hier ist nichts weiter. Ziehen wir mal zurück mit unserer Totenarmee. Und wir haben ein Skelett verloren. Oh no. So, okay. Aber ey, Leichen gibt's ja, wie sagt er, mehr. Können wir einfach immer wieder verwerten. Ist in Ordnung. Kann man machen. So. Ähm. Ah, hier kommen wir lang. Okay. Wollte schon sagen, wir kommen nicht mehr zurück. Aber es funktioniert. Oh. Das ist echt easy. Das ist ein richtig schöner AFK-Bild, ne? Einfach nur durch die Gegend ziehen. Perfekt. So, hier geht nichts kaputt. Haben wir noch irgendwo eine Quest hier? Nein, okay. Äh, da ist ein Höhleneingang. Aber auf Höhleneingang habe ich jetzt eigentlich nicht so den Bock. Vom Level her passt das. Das sind alles Level 16 Monster. Das ist in Ordnung. Oh. Bitteschön. Ja, noch ein Baumstumpf. Ein paar Silberstücke. Also, ohne Witz, ne? Silberstücke, richtig krass. Wir finden richtig viel mittlerweile. Oh, das ist... Oh. Okay, cool. Schöne Nebenhand. Fällt mir. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, was haben wir hier? Noch ein schönes Häuslein. Kommen wir da rein? Natürlich. Wie kommen wir denn da rein? Ähm. Auf der anderen Seite ist der Eingang. Hör auf damit, hau ab. So. Klopf, klopf. Der Tod ist da. Der Tod ist nah. Der Tod ist da. Und da geht's runter. Oh mein Gott. Wollen wir da runter? Ah, eine Falltür. Komm, kill die Mann da hinten. Dankeschön. Komm, den bitte auch noch. Super. Und tschüss. Gucken wir mal, was da abgeht. Okay. Wir haben einen alten Verschlag. Ein altes Verlies. Gucken wir uns mal, warum wir die sagen. Hm. 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 Easy peasy. Überhaupt kein Problem. Aber verdammt dunkel, ey. Es ist richtig dunkel hier. So, links, rechts, geradeaus. Wir gehen mal hoch. Wir gehen erst nach oben, denn dann wird man dich luben. Ach. Komm, die aufsammeln. Guten Tag. Ja, ja. Ist okay. Kann ich mit leben? Ist in Ordnung. Oh. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Oh, warte. Okay. Wir bräuchten einen schönen AOE-Spell. Müssen wir auch mal gucken, ob wir da was gescheites kriegen. Ne, gerade für solche Monstergruppen, wie es gerade der Fall war, dass einfach was reinschleudersen und alles ist tot. Ja, ich übertreibe vielleicht. Ja, ich will vielleicht so viel. Aber ja, es fühlt sich dann auch verdammt gut an. Muss man einfach mal so sagen. So, da kommen wir wieder raus, glaube ich. Treppe nach oben. Und da hinten ist. Treppe nach oben. Okay. Das heißt, wir kommen an zwei verschiedenen Orten raus. Ich habe gerade gespuckt. Tut mir leid. Aber, warte mal. Wo kommen wir denn hier raus? Wir gehen mal ganz kurz gucken. Wir können ja wieder runter zur Not. Ladezeiten halten sich ja hier echt in Grenzen, muss man sagen. Das finde ich super angenehm. Ach, guck mal. Das ist auch eine Quest. Ja, komm, dann gehen wir da hin. Da waren wir gerade. Und dann wären wir wahrscheinlich da rausgekommen. Okay. Gut. Das heißt, das ist überhaupt wie gesprungen. Können wir hier auch einfach oben bleiben und dann hier weiter latschen. Oh, lass mich durch. Können Arzt. Dr. Frankenstein. Hui. Ich bin ein Kreisel. Oh, schön, 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 schön. Und das gibt Loot ohne Ende. Sehr, sehr, sehr geil. Also nicht Loot, sondern Erfahrungspunkte, meine ich natürlich. Bis jetzt noch gar nicht. Doch, da kommt das erste Item. Aber guck mal unten auf den EP-Balken. Fett. Einfach nur fett. Komm, nächsten. Mit den nächsten. Ich muss mich mal heilen. Nice. Sehr, sehr, sehr geil. Die Feinde bei Burridge-Gate wurden besiegt. Haben wir gemacht. Traumhaft. So, hier geht es jetzt zurück nach Dorf Burridge. Oder Burridge. Aber warum soll ich jetzt hier zurück wollen? Ich will nicht zurück. Oder doch, wir könnten unsere Quest abgeben. Das wäre vielleicht gar nicht so doof. Ja, komm. Können wir uns denn hier wieder zurück teleportieren? Ja, ne? Ich glaube schon. Hoffe ich. Ich hoffe es. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße wieder laufen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt den Bock drauf. Zum dritten Mal. Aber viele Quests erledigt. Sehr, sehr, sehr geil. Okay. Okay, hat nichts weiter. Dann gehen wir hier einmal rum. Stoff haben wir, glaube ich, noch nicht gefunden, ne? Wenn ich nicht irre. Ich werde den Aufseher töten. Natürlich werden wir das tun. Ich werde alles töten, was ich mir in den Weg stelle. Und wir haben ein Level Up. Sehr, sehr, sehr nice. Und eine Errungenschaft haben wir freischalten. Malio Menhir. Okay, nice. So, dein Stoff habe ich, glaube ich, noch nicht. Nein. No Stoff for you. Ähm. Wir gucken mal ganz kurz. Irgendwo noch ein Sternchen. Ich weiß gar nicht, wer uns das anzeigt, ehrlich gesagt. Ich glaube aber nicht. Aber warte mal. Wir könnten doch einfach unter... Was war das? Quest? Quest. Achso. Lassen wir mal ganz kurz erst die Punkte verteilen hier. So. Dann gehen wir hier hin. Und dann unter Nekromant wieder. Ähm. Hm, hm, hm. Wollen wir den einmal eine Stufe weiter? Aber wir könnten hier wieder ein. Und dann... Oder hier... Aha. Vier Beschwörungslimit. Okay. Erhöhen wir auf jeden Fall. Ne? Ein Skelett mehr. Sehr, sehr, sehr geil. Und dann einmal bitte hier drauf. Keine... Achso. Haben wir keinen... Was? Wir haben keinen bekommen. Ist das einfach geklappt? Nein. Kann man nichts machen. Dann gehen wir ganz kurz zum NPC. Zudem hier unten. Mein Lieblings-NPC. So. Tieren die Kacke einmal. Alles verkaufen, was keine Miete zahlt. Lassen wir. Guck mal. Ich muss ganz kurz was gucken. Ne. Kann man verkaufen. Ich hab grad nochmal geschaut, ob der eventuell was hat in Richtung Boost für unsere Skelette oder so. Aber ist relativ Wumpe. Bringt uns gar nichts. So. Das sieht natürlich sehr, sehr, sehr cool aus. Vertäubung. Aber bringt uns auch nichts. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Klasse hochziehen. Zauberer oder sowas. Konstitution. Angriffsqualität. Kältewiderstand. Giftwiderstand. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. Angriffsqualität ist natürlich auch super. Nehmen wir mit rein. So. Hier haben wir noch ein paar schöne Handschuhe. Okay. Für jeden Fall keine grünen Items mehr. Was ist da los? So. Das heben wir auf. Schmuck heben wir auf. Das ist ein Quest-Item, glaube ich, gewesen. Dann gehen wir nochmal ganz schnell zur Bank. Hast du noch irgendwas Schönes für mich? Ah ja. Nichts, was ich gebrauchen kann irgendwie. Kosten 14.000. Nicht genug Ruf. Okay. Okay. Geben wir den Scheiß. Ich werde dich töten. Kommen wir hier noch weiter. Was ist falsch? Äh. Zaubergewebtes Garn. Verbessert alle Handrüstungen. Okay. So. Was auch mal da? Das wollte ich eigentlich verkaufen. Die Scheiße. Ich schmeiß jetzt einfach raus. So. Okay. Das sortieren wir auch nochmal. Nutze den Stauraum als Erweiterung. ein ganzer Momentar. Das ist so. Ja. Was habe ich getan? Nein, nein. Gib mir das wieder. Verdammt. Gib mir das wieder. Ah. Okay. Gut. Feature, um quasi die Items rüberzuziehen auf einen anderen Char. Puh. Ich habe gerade leichte Panik bekommen gehabt. Schon gedacht, mein ganzes Zeug wäre weg. Ich brauche keinen guten Preis. Ich brauche gute Waffen. Ich brauche gute Waffen. Liegt mir aber nichts. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich meine, ein bisschen Gold haben wir noch. Beziehungsweise ein bisschen Silber. 28.000 Silber. Jamai. So. Was haben wir denn hier? Konstitution. Aber unsere ist echt gut, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Stiefelchen. Ähm. Physischer Damage wäre hier drauf. Leben, Angriffskirchen, Durchschlagwiderstand. Aber ne. Ist jetzt auch nicht so der Burner, da ich sage, das müssen wir jetzt haben. Ja. Noch ein bisschen Schrott. 760 könnten wir, aber lassen wir. Ja. Tschüss, ne? Dann gehen wir einmal zurück zum Dorf. Es geht sogar. Aber in der nächsten Folge.